S.P.E. Ja. Und? Oh, Regeneration. Acht Sekunden. Und Resistenz normalerweise. Und Resistenz auch nochmal. Resistenz. Resistenz. Da haben wir hier noch Schönes drin. Ich muss mal überlegen, welche Farbe ich meins dann werden lasse. Oh, noch Sand. Lass mal oben schmeißen. So, jetzt finde ich's. Jetzt finde ich's nicht, ja? Ich finde es von den Farben her ganz gut. Ich muss nochmal unten drin gucken. Ja, doch, ich glaube, so können wir's machen. Wie macht ihr das mit diesen Resistenzen und sowas alles? Äh, ja, du musst dann dir, aus was hast du die Basis gebaut? Aus Gold. Dann musst du dir noch ein Gold-Bahn mitnehmen. Hab ich. Ja, das ist egal, eins von denen, die es anzeigt. Dann hat's mit Diamant auch geklappt. Achso, okay. Achso, nee, Diamant ist, glaube ich, dann stärker, oder? Ich hab keine Ahnung. Also irgendeins von den Sachen halt mitnehmen. Rechtsklick auf das Leuchtfeuer. Mhm. Ja, das hab ich auch schon. Blau. Dann haben wir hier lila. Da hatte ich das auch weitergegeben. Ja, rot und blau gibt lila, Julian. Das stimmt, dann, deswegen kommt da nicht blau raus. In der mittleren Etage. Äh, Moment. Moment, Moment. Ja, ich komm grad vor. So, dann hast du da wieder Weiß. Dann kannst du aber dir auch den grünen sparen, wenn du da Weiß haben willst. Ne, wenn ich den... Wieso, wenn du den grünen weg machst? Dann ist es so... Nicht schön. Grün weg machst und dafür Weißes. Ja, aber das bringt ja nichts, wenn du Weiß dazwischen packst. Jetzt ist es... Kommt da Gelb raus. Naja, so. Grün, nicht Gelb. Grün, nicht Gelb. Komisch, fand. Und oben geht's so... Rosa raus. Mach ich den... ...grünen weg. Was hast du jetzt reingesetzt? Noch nichts. Jetzt mach ich den Weißen rein. Ja, jetzt ist es heller auf jeden Fall mal. Das ist jetzt Gelb, oder? Eigentlich wollte ich hier grün für den... Jetzt kommt's Weiß. Ja. Genau, jetzt ist es da auch grün, geht lila nach oben in dem Video. Das ist grün? Ja. Bei mir sah das vorher grüner aus als jetzt. Ähm... Ja, aber das Problem ist, glaube ich, dass du unten schon eine Farbmischung hast. Du solltest dir vielleicht überlegen, halt nur... Warte mal. Ich hab ne Idee, wie das funktionieren könnte... ...und du trotzdem ein bisschen deine Idee beibehalten kannst. Mach das mal weg. Ich weiß, ja. Bäh. Boah, lecker. Jetzt hast du ja quasi lila, weil du ganz unten... Ne, hier hast du blau drinne, oder? Ja. Du willst oben dann grün haben. Nein, nein. Wahrscheinlich mit Rot. Also darfst hier unten wahrscheinlich nix reinmachen. Ach. Dann hast du halt unten Weiß. Mein Gott, was soll's. Und dann kannst du nämlich das so lassen. Warte mal. So hast du jetzt quasi Weiß, ne? Ja. Dann kommt's Blau. Dann kommt's Blau. Dann machst du nämlich ein blauen Dings hin. Dann hast du Blau in dem... Sollte in dem Bereich hier, wo der Jacuzzi ist, blau sein, ne? Und dann packst du... Ja, oder oben, wenn man da blaue Wände hat. Ich weiß nicht. Mach ich... Aber was mach ich denn hier? Was passiert? Das ist... Also du kannst wahrscheinlich noch zwei machen, damit du oben dann ganz oben einen gescheitenen Effekt hast. Also ganz oben baust du... Ist quasi gelb drinne, ne? Ja, oder grün eben. Ja, ja, warte. Alter, da kommt der dann grün raus. Ne, Julian Blau und Gelb ist grün. Wenn du jetzt hier gelb reinmachst, hier oben, da gelb, dann hast du ein geiles grün. Ah, geiles grün. Jetzt hast du grün. Naja. Ja, das ist auch nicht anders grün, als wenn du einen grünen Block reinmachst. Weil das finde ich hässlicher, das grün. Ja, das ist gläulich, ja. Rechts, gläulich. Ja, und so mischt er halt blau und... Oh, links zusammen. Ich wollte nur gucken, wie das grün normalerweise aussieht. Ja, ich wollte nur gucken, wie das grün normalerweise aussieht. Also, ich würde unten es wahrscheinlich in Weiß hochgehen lassen. Jetzt hast du grün reingepackt unten, richtig? Gelb. Gelb? Ja, jetzt kommt grün raus. Natürlich in der nächsten Etage. Ist das jetzt reingepackt? Ja, jetzt wird es dunkler. Hä? Na gut, dann hättest du hier... Hm, und oben dann ein grünes. Warte mal, wenn du da ein gelbes reinpackst, äh, ein weißes reinpackst zwischendrum. Also, ich kann jetzt... Ich kann jetzt unter die Grundplatte irgendwas runterbauen, oder wie? Wie? Ja, du kannst halt... Nächste Etage wäre dann 5 auf 5. Also auch von, sagen wir jetzt mal, Gold. Oder Eisen oder Diamant oder Smarag, genau. Und dann die nächste Platte wäre 7 mal 7. Und die letzte Stufe ist 9 mal 9. Okay, 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 okay. Okay, dann weiß ich jetzt mehr. Bäh, hierüber. Ähm, hast du noch einen anderen gelben Block dabei? Ja. Warte mal, ich geh mal kurz ins Lager raus. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Ich hol mal noch einen blauen und einen gelben Block. Kannst unten mal kurz das Schwarze dann schon mal wegmachen. Du, 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 du. Wow, aber das merkt man voll. Das Geschwindigkeitsding. Tju, bin ich da. Das Flash. Das hab ich mich grad gefühlt. So, warte mal, Klaas. Äh, blau und gelb. Ja, warte mal, Held. Danni hat's aktuell rot leuchten. Ja, so schwarz-rot. Danni baut ein Rotlichtmilieu. Hahaha. Oh ja, so. Lass uns das mal mit dem Mischen hier unten probieren. So. Mischtest Nr. 1. Hellblau. Und. Gelb. Die aber nicht so schön. Grün dann. Dunkel. Verdamm, dunkelblau. Und. Gelb. Eigentlich auch nicht so schön. Hahaha. Oh. So, wir können wir noch grün mischen. Nur grün. Äh, halt. Nur grün. Das wär halt das am gesättigsten. Aber du musst halt damit rechnen. Entweder lässt du's hier halt weiß durchgehen. Du brauchst halt hier weiße Glasblöcke rein. Hast dann halt oben noch ne Färbung. Oder du musst halt mit nem anderen grünen leben. Das musst du jetzt wissen. Ja, dann probier ich noch ein bisschen rum. So, ich lass dir mal das da, das brauch ich nicht. Ich lass dir das da, das brauch ich auch nicht. Äh, ich lass dir das da, das brauch ich auch nicht. Das andere Glas? Halt, da ist noch das rote Glas. Das, wohl, das hellblaue gehört mir. Okay. Da brauch ich. Musst du dir selber eins holen, wenn du eins brauchst. Ja. Ähm, während du hier noch Runden probierst, darf ich mir einmal deine Axt ausleihen? Äh, Moment. Ich bring die auch wieder, wenn ich den Baum weg habe. Ja, aber ich mach dann hier noch kurz die Dinger weg, die ich nicht... Danke sehr. Bitte schön. Aber aufpassen, sie geht durch wie Butter. Und sie ist durch wie Butter? Ja. Oder sie macht durch wie Butter. Sie schmeckt wie ranzige Butter. Ja. Ich hab auch nicht davor dran zu lecken. Ja, das schau ich vor. Look, taste it. It tastes really good. Da ist auch noch Holz verschickt. Da ist noch Holz. So, da ist auch noch Holz versteckt. So, da ist auch noch Holz versteckt. Noch irgendwo? Ja, hier ist noch Holz. Ich weiß. Da ist auch noch Holz versteckt. Zum Glück fing das schon an abzufallen an den Stellen, wo das Holz schon weg ist. Oh je. So, ich hoffe ich hab jetzt kein Holz übersehen, aber ich glaube nicht. Du musst dir halt aufpassen, wenn du mit der Axt die Blätter abbraust, dann kriegst du halt auch die Blätter raus. Ist doch nicht schlimm. Ja, da ist halt die ganzen Blätter im Inventar. Ne, dann pack ich sie ins Lagerhaus. So, gut ist es. So. Da muss ich die ganzen Setzlinge im Inventar. Wenn ihr da getrost runterspringen, ich hab da drüben ja Regeneration. Und komm auch schnell hin, weil ich hab ja noch Schnelligkeit. Kann nicht mehr rüber flitzen, aufladen und wieder zurück flitzen. So. Sehr gut. Ja, und da es ja 8 Sekunden noch anhält, wenn du rausgehst aus dem Bereich. Ja. Wenn Steffi wieder da ist, dann muss ich sie sich auch eins bauen. Oh ja. Dann muss sie erstmal ihren eigenen Wither-Wither-Lady. Dann muss ich erstmal wieder, äh, Wither-Skelepp-Köpfe-Farmen gehen. Boah, nee. Ja gut, diesmal brauch ich noch 3 Stück. Das dauert noch. Ein Drittel ist so lang, hoffe ich. Aber in meinem Glück dauert das genauso lang. Sind Nacht. Yay. Yeah. Wie meins einfach noch popelig weiß in den Himmel leuchten. So. So. Dann pack ich da mal ein bisschen was hin hier. So. Äh, ich habe gerade beschlossen, der Baum ist auch im Weg. Der muss auch weg. Guck mal, das reicht. Zack, 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 hier findet mich niemand. Ha, 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 ha. So, das Blöde ist, dass man in der Nacht die Holzdinger so schlecht sieht. Die sich da zwischen den Laubsteilen verstecken. Zack, 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 of course ich. ich würde mir nicht versprechen sollen dass er seine aktie zurückbekommt die wahl die wir hier überall ja da ist aber leider verspornet muss ich zurückgeben so jetzt aus richtig geil richtig fett richtig fett ich wüsste gern wie sich das verändert wenn man da eis zwischenpackt frage es halt ob das eis bei uns eis bleibt oder ob das schmilzt das schmilzt wahrscheinlich Savanne so zumbie ich hau sie jetzt mit der Hand warum? weil ich kann weil es mir egal ist die mir hier schaden macht hö 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 ja aber ich hab die Regeneration das dauert mir aber zu lange der kuh sie jetzt so blau lieber ja dann glaube ich manchmal auch lassen obn ruts ja und schweifen wir noch schweifen wir sind jetzt so blaulila das ist schön eine Spinne, ich töte sie die Massagebänken ist so grünblau das eigentlich auch noch zu den Wänden gelbes rein mach Babyzombie, Babyzombie, Babyzombie na komm her steine mit steine mit na Creeper viel gelaufen boah wenn man sich da rein stellt und runter guckt ist voll krass oder auch hoch